Seit über 25 Jahren sorgt das Motormanagement-System SimoCode Pro von Siemens für den optimalen Betrieb von Niederspannungsmotoren mit konstanter Drehzahl. Um für noch mehr Applikationen in der Prozessindustrie ein starkes Motormanagement anbieten zu können, haben wir SimoCode Pro um eine neue Gerätereihe der Einstiegsklasse erweitert, genannt SimoCode Pro S. Diese smarte und kompakte Lösung bietet alle häufig benutzten Schutz-, Steuer- und Überwachungsfunktionen zu einem attraktiven Preis und das bei einer besonders kompakten, schmalen Bauform von nur 22,5 mm. Die Kommunikationsfunktion mit übergeordneten Steuerungen erfolgt ganz einfach über Profibus. Kurz zum Grundgerät von SimoCode Pro S. Dieses bietet neben einfachen Steuerfunktionen wie Direkt- und Wendestart auch Schutzfunktionen wie Thermistor und Überlast. Es hat vier digitale Eingänge sowie zwei Relaisausgänge und überwacht Stromgrenzwerte, Betriebsdaten und Anlagenzustände. Das optionale Multifunktionsmodul erweitert das Grundgerät um vier zusätzliche digitale Eingänge in 24 oder 110 bis 240 Volt Ausführung sowie um zwei Relaisausgänge. Weitere Steuerfunktionen wie Sanft- oder Sterndreieckstart sind damit möglich. Ein Differenzstromwandler zur Messung des Erdschlussstroms und ein Temperatursensor können ebenfalls angeschlossen werden. SimoCode Pro S ist damit eine rundum gelungene Lösung für den Einstieg ins Motormanagement. Als weitere Neuheit bieten wir mit SimoCode ESV12 nun erstmals eine Anwendung innerhalb des TIA-Portals für das Engineering unseres Motormanagementsystems. Die neue Software erlaubt im Rahmen des Engineering Frameworks TIA-Portal ein einheitliches, zentrales und innovatives Engineering. Die Konfiguration der Module wird übersichtlich in der Gerätesicht erstellt. SimoCode Pro Geräteprojektierungen stehen zur schnellen Wiederverwendung in Projektbibliotheken bereit. Außerdem profitieren Sie als Anwender von einer bequemen grafischen Parametrierung und Inbetriebnahme der Schaltanlage durch den integrierten Grafikeditor. Zum Beispiel kann die Verschaltung der Ein- und Ausgänge per Track & Drop realisiert werden. Auch die Diagnose mittels SimoCode ESV12 im TIA-Portal überzeugt. Es gibt eine Vielzahl von Diagnosemöglichkeiten, die online im laufenden Betrieb abgerufen werden können, wie zum Beispiel das Ermitteln der Störungsursache durch Auslesen des Fehlerspeichers oder das Analysieren von im Gerät aufgezeichneten Stromverläufen. Lassen Sie sich von den Neuheiten rund um SimoCode Pro überzeugen.